Lass uns jetzt mit dem Geschichtsunterricht beginnen. Diese Motivation, dass man halt altes Wissen einfach wieder herstellen kann und andere vielleicht dafür zu begeistern zu können, dass sie es auch machen. Najczęściej zaskakiwało mnie tutaj podejście właśnie ludzi do nas. Ludzie, którzy wiele z siebie dawali i robili to bezinteresownie. I za to właśnie dziękuję i to było niesamowite przeżycie. Dass einfach die älteren Leute so auf einen zugegangen sind und einem geredet haben. Vielleicht kann man da auch eine große Verbindung zu älteren Leuten herstellen, weil die haben ja die Geschichte erlebt und so. Dann wäre Schule orientiert an Lebenswelten von Jugendlichen und an der Verantwortung, was Geschichte hat. Und die Jugendlichen würden sich mehr verwurzeln und wissen, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Wenn so mein Geschichtsunterricht wäre, würde ich sogar gerne hingehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nicht angefangen hätten, dann wären vielleicht manche Geschichten jetzt vielleicht schon verloren bei uns im Dorf. Weil das einfach spannend ist und ich kann das sehen, was ich noch nie sehen konnte. Zum Beispiel den Landtag. Es wird immer irgendwas geben, was man halt noch nicht weiß. Und so lernt man halt auch Leute aus anderen Städten kennen und auch andere Perspektiven. Ganz kurz mitmachen. Das kann ich mal hin.